drüben ist doch gar nichts warum schießt er da gucken wir doch mal ja da ist der hinweis die werden wahrscheinlich bei dem hinweis sein ach so stunde ist einer vermutet dass die uns gleich entgegen irgendwie kommen ja lässt du nein hörst du sie sind schon drin in der hütte irgendwo meinst du ja ja ich höre es hier bei mir an der brücke gesehen einer hat nicht der stress mit zombies einer ist hier noch drin bei uns ja ich gehe zu dem tut hier bei den zombies bei mir an meiner leiche direkt doppelt pistole ja aber ja danke da kommen wir schnüffeln mal dort ja er war jetzt hier also denn das kommt es ist ein kampf aber da ist der boss ich höre es könnte auch boss kampf sein jo zumal hier da hätte ich echt wieder die schrot gebraucht bei dem einen typen der stand genau vor mir und ich erwische null aber hier war auch ein kampf weiter hat was angezündet der tut hier also naja mal gucken oh auf dem dach hier ich sehe noch nichts bei mir hier auf dem dach direkt auf dem roten treffen nicht er ist weg unten oder was ne ich glaube dahinter noch und am fenster ist einer ja ich muss kurz sein ich bin drin ich habe ein achtung nicht reinkommen liegt stacheldraube ich halte mich noch das dach jetzt hier gucken genau auf dem dach ist ne scheiße der wird hier oben sein bei mir draußen ja ja da kommt ist recht zweck naja gleich stress mit hunden gehen ich nahe gehen ich rein das ihr habt es gesehen wie aufs dach also war da hinten an der großen hütte ja wenn ihr hier rein will ich sehen also alles gut ich hole das bauendier und scanne gleich hier hinten bei mir unten da irgendwo wo er ist hier unten halt ein hit aber gut wo ist denn der in der show an dem schuppen da da unten guck doch auf das kreuz da unten da ist noch markiert ich sehe auch da jetzt ok ja gesehen boah der trifft aber auch durchs ich heimisch grad ist da dahinter ja boah der hat mich schon wieder aufgestellt wo ist denn der immer noch dahinter zehn hat ein hit der ist genau vor uns oh schon wieder oh meine güte ey das gibt's ja nicht ich hab ihn schlecht ey echt das war ich noch einer ne ich hab doch gesagt das war ich hier liegt er ey ja schön mit armbrust hat er gespielt der sack ok war es hier oder können wir ich wollte noch zu dem anderen achso hier ist noch nein das ist die lampe hier ist noch einer hier ist noch einer alles klar hier ist noch einer hier stück waren hier ich bin ich so lange hinterher gelaufen den du angeschossen hat das gute ist erst mal vom dach gefallen er ist noch einer fünf stück meine güte ja noch den habe ich schon also der hat ne doch den habe ich schon aber ich kann nicht mehr looten mist sag mal denn ja ich bin ich bin der pull ah komm ich geh wiederlegen los weg jetzt hier stimmt das andere ding ist noch gar nicht äh holt worden so viel kampf wie hier oben ist ist es so viele sind glaube ich nicht mehr auf der karte wahrscheinlich gar keiner mehr dann hier haben wir schon ein team in dem haus und hier waren es mindestens Nummer 3 vielleicht ein team noch und wir würden wahrscheinlich in das rein rennen weil wir natürlich da war ich ja froh dass ich eine shotgun heute dabei hatte jetzt in der runde ja ich hätte es mal wieder gewünscht bei dem einen vor mir meine güte ey so schlecht aber der eine dude wo du gesagt hast der hat Stress gerade mit Zombies der stand in Flammen achso da waren vier Zombies hinter dem her ach da ja auf der anderen Seite der hat richtig Stress gehabt der war gut